Willkommen bei Mathe mit Rick und willkommen in deinem Leben nach dem Mathe-Abi. Ja, es gibt ein Leben nach dem Mathe-Abi und ich kann dir sagen, es fühlt sich auch für mich verdammt gut an. Ich möchte dir in diesem Video gerne mal erzählen, was ich in den letzten 120 Tagen so gemacht habe und wie es mir so ging. Denn meine Vorbereitung auf dein Mathe-Abi, die begann schon im Januar. Und ich denke ja jedes Mal, ach komm, diesmal wird es nicht so viel Arbeit, diesmal mache ich ein bisschen weniger und gehe die Sache ein bisschen lower an. Aus verschiedenen Gründen klappt das dann aber nicht so gut. Irgendwie wächst der YouTube-Channel, dann kommt auch noch TikTok dazu. Plötzlich wollen alle Leute irgendwie Mathe-Kurse mit mir machen, dann habe ich noch eine Produktidee und irgendwie wird es in den letzten 10 Tagen immer richtig viel Arbeit. Doch wie mache ich denn eigentlich die ganze Zeit? Was mache ich denn da in Vorbereitung auf How to Mathe-Abi 2024? Na ja, zunächst einmal gucke ich mir wahnsinnig viele Abi-Aufgaben an. Ich sichte immer so gut wie alle Abi-Aufgaben aus den letzten Jahren. Ich analysiere sie, ich gehe die Sachen durch und ich schaue mir ganz genau an, was kommt wo, wie oft dran. Denn ich möchte verlässliche Aussagen darüber treffen, was die wichtigsten Aufgabentypen für die Menschen sind, die bald Mathe-Abi schreiben. Also erstmal immer so ganz, ganz viele Abi-Touren rechnen. Dann werden Übersichten erstellt und wahnsinnig viel analysiert. Dann schreibe ich Skripte und dann drehe ich Videos. Das sind Rechenvideos. Ich möchte gerne die How to Mathe-Abi-Playlist 2024 schön, kompakt und allumfassend irgendwie erstellen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir die Playlist aus dem letzten Jahr genommen und habe die angereichert um all die Dinge, die sich die Menschen im letzten Jahr gewünscht haben. Was vor allem wichtig ist, ist die Menschen zu motivieren und zu sagen, hey, du schaffst es und du kannst es angehen. Das ist richtig, richtig cool, wenn du für deine Ziele arbeitest. Der Arbeitsaufwand, den ich da selber geleistet habe, der war krasser als der Arbeitsaufwand für so ziemlich jedes Projekt, den ich mal gemacht habe. Mit Ausnahme der anderen How to Mathe-Abi-Serien vielleicht. Ich mache das ja jetzt in dem Umfang zum dritten Mal oder so. Und ich kann jetzt auch so ganz bisschen davon leben. Also ich bin auch selbstständig, das ist auch mein Hauptberuf. Das Ding ist, wenn ich meiner Omi zum Beispiel oder meinen Freundinnen und Freunden erzähle, dass ich auf YouTube bin und so erzähle, was ich da so mache, dann denken die immer, ich bin irgendwie reich und ziehe bald nach Bali oder so. Ich kann dir mal sagen, wie viele Arbeitsstunden ich in dieses Projekt gesteckt habe. Das waren ungefähr so viele Arbeitsstunden wie im letzten Jahr, ein bisschen mehr, aber so um und bei 1400 Arbeitsstunden. Ich sage es nochmal, 1400 Stunden. Für mein eigenes Abi und zwar insgesamt habe ich kaum 100 Stunden investiert. Das heißt, in diesem Projekt habe ich 14 Mal so viel Energie und Arbeit gesteckt, wie in mein eigenes Abi. Selbst mein Staatsexamen in der Uni habe ich so ungefähr 250 Stunden gelernt, würde ich sagen. Selbst das ist dagegen noch Peanuts. Und jetzt kann ich dir mal zeigen, was mir YouTube dafür bezahlt, dass ich diese Sachen hochlade. Also wie viel Werbeumsatz kam da eigentlich dabei rum? Ja, können wir uns die Sache doch mal angucken. Hier siehst du die sämtlichen Statistiken von 2024 bis vom 1. Januar bis zum Ende April. Und das sind 2834,71 Euro. Ja, kann man mal durch 1400 Arbeitsstunden teilen und dann kannst du ausrechnen, was quasi der Stundenlohn rein auf YouTube ist. Das sind circa 2 Euro. 2 Euro. Ich habe in dieser Zeit von How to Mathe Abi mein gesamtes Sozialleben und auch jegliche andere Form von Leben diesem Projekt untergeordnet. Ich war selten draußen. Ich habe kaum meine Freundinnen und Freunde gesehen. Ich habe meine Eltern nur ganz ein bisschen kurz gesehen. Immer wenn die hier waren, habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss Abi-Videos drehen. Ja, ich habe mich schlecht ernährt. Ich war wenig draußen, habe ich schon gesagt. Irgendwie der ganze Körper tut weh. Mein Knie war im letzten Jahr schon nach How to Mathe Abi kaputt. Es war einfach eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Ich lebe in einem Zimmer, dass ich 24-7 verdunkle, um hier Lichtverhältnisse zu haben, in denen ich gut arbeiten kann. Und es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und so unendlich viel Arbeit, dass ich zwischendurch überhaupt nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Der mentale Overload, der war absolut crazy. Wenn du jetzt sowas sagst wie, wow, die Arbeit, die Rick da geleistet hat, die war ganz schön krass und ich habe ganz schön doll davon profitiert. Ich habe wirklich viel mit Rick gelernt. Ich habe ihn ganz oft gesehen. Wir haben ganz viel miteinander gerechnet und wir haben Stunden, Tage, Wochen oder Monate miteinander gearbeitet. Dann verweise ich dich auf den Spenden-Link unter diesem Video. Du kannst das Projekt gerne unterstützen. Ich würde das sehr feiern. Ich habe dir gezeigt, wie die YouTube-Einnahmen aussehen. Und ich kann dir sagen, das Commitment, das ich habe, um Menschen durchs Abi zu bringen, das ist so, so groß. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Ich habe es auch immer davor ohne Geld irgendwie gemacht, bevor ich irgendwie diesen Channel monetarisiert habe. Jedoch ist es so, dass es langsam wirklich zerrt und dass es wirklich anstrengend ist. Und wenn du sagst, yo, ich habe eine Verbindung zu Ricks Projekt und ich konnte davon profitieren, spende mir doch gerne eine Nachhilfestunde. Deine Spende wird zu 100% in Urlaub und Verköstigung investiert. Und du leistest einen Beitrag dafür, dass ich auch in Zukunft hochwertige Videos produzieren kann, um richtig, richtig viele Leute zu unterstützen. Die Leute denken ja häufig, oh, so ein paar Videos, das ist ja schnell produziert. Aber überhaupt so ein Video zu skripten, ja, also das Skript vorzubereiten, das mache ich ja mit einem speziellen Programm. Das dauert immer schon zwei bis drei Stunden. Dann muss das Video gedreht werden, dann schneide ich es, dann schaue ich es mir nochmal an, verändere das nochmal, dann lade ich es hoch, dann schreibe ich die Texte, dann muss man noch Kommentare dazu beantworten. Also zu jedem Video gehören so fünf, sechs, sieben Arbeitsschritte, die eigene Aufmerksamkeit beanspruchen. Hier siehst du übrigens meinen Contentplan. Ich trage hier von Januar bis Mai jedes Piece of Content in eine große Excel-Tabelle ein. Jedes YouTube-Video, jedes Short, jedes TikTok, jedes Reel, jeder Community-Beitrag, jeder Story-Post wird hier fixiert. Anhand der Farbe kann man erkennen, auf welchem Stand das Piece of Content jeweils ist. Und du siehst, das ist eine ganze Menge, da sieht auch kaum jemand irgendwie durch. Hier am Rand zum Beispiel haben wir jetzt hier noch so diese grünen Felder hier, ne, kannst du hier sehen. Das heißt, dass ich nebenbei noch Mathe-Kurse unterrichtet habe. Das heißt, jeden Tag noch fünf bis zehn Stunden mit einer Gruppe von fünf bis fünfzehn Menschen hier noch. Live-Kurse gegeben und das auch noch nebenbei gemacht. Nebenbei habe ich noch ein Produkt entwickelt. Das Workbook ist rausgekommen. Ich habe Arbeitsbücher verkauft. Ich habe das Buffet-Set, die Karteikarten gepflegt. Ich habe Kommentare beantwortet. Jede Frage der Community habe ich mir durchgelesen, sie durchgerechnet und sie beantwortet. Das waren in der Zeit so um und bei 5000 Nachrichten. 5000 Nachrichten. Und ich kann einfach sagen, dass ich jetzt so, so froh bin, dass wir gemeinsam diese Zeit hinter uns gebracht haben. Und ich finde es auch wieder was total Verbindendes. Wir haben jetzt so viel zusammen gearbeitet. Wir haben uns gemeinsam so angestrengt für dieses eine Projekt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin froh, dass wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Und jetzt irgendwie sowas wie Urlaub machen. Ich werde jetzt machen, ich werde jetzt in den Urlaub fahren und zwar ganz, ganz lange, also nicht nur eine Woche oder zwei oder so, sondern ich werde jetzt wirklich mal zwei, drei Monate mental komplett weggehen von Mathe, von meinem Arbeitsplatz. Ich werde mal richtig rausgehen und dann im Herbst mir überlegen, wie werde ich mit diesem Projekt hier weitermachen, was sind die nächsten Projekte, was werde ich mir fürs nächste Mathe-Abi überlegen oder sowas wie, hey, gibt es vielleicht noch eine andere Serie, die wir starten können. Wenn du da zum Beispiel Ideen hast, weil du gerade zuschaust und an einer anderen Schulform bist oder gerade im Studium abhängst und nicht weißt, was du machen sollst, schreib mir gerne mal. Wenn du die nächste Serie mir vorschlägst, statt How to Mathe-Abi irgendwas anderes, schreib mir das gerne mal, würde mich total interessieren, bin ich natürlich mega offen. Ich habe auch weiterhin Bock, Leute zu unterstützen, richtig nice, aber dieses Mathe-Abi-Thema ist halt genau mein Metier, damit kenne ich mich richtig gut aus. Da heißt ja aber nicht, dass ich mich auch nicht noch in andere Sachen einarbeiten kann. Also so gerade Uni-Sachen interessieren mich ja schon noch ein bisschen, würde ich sagen. Jetzt aber erst mal eine große Pause und ganz viel Zeit für Urlaub, Selbstfürsorge und Erholung. Was hast du in dieser Zeit vor? Möchtest du gerne studieren oder ein bisschen ins Ausland, ein bisschen Urlaub, Work and Travel? Machst du eine Ausbildung? Was machst du? Schreib mir das gerne mal unten rein, würde mich mega interessieren. Ich verweise dich nochmal auf meinen Spenden-Link. Unterstützt die Arbeit hier gerne, wenn du denkst, das ist ein unterstützenswertes Projekt. Mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Die Botschaft, dass es nicht an Mathe liegt und dass du alles schaffen kannst, die ist mir nach wie vor wichtig. Wenn es also irgendwann mal irgendetwas gibt, von dem du sagst, ich kann das nicht und ich werde das auch nicht können und ich werde das niemals in meinem Leben lernen, dann erinnere dich daran, was wir hier bei How to Mathe-Abi gemacht haben. Der die ganze Zeit erzählt, du schaffst das und wir kriegen das gemeinsam hin. Hol dir einfach Hilfe und du wirst die Sachen lernen. Du kannst alles lernen, wenn du das möchtest und das ist die Botschaft von Mathe mit Rick. Ich wünsche dir eine gute Zeit, lass es dir gut gehen und alles erdenklich Gute für dich. Wenn du möchtest, führe dich umarmt. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, lass es dir gut gehen und wir sehen uns wieder. Dein Rick. Und jetzt Feierabend. Tschüssi.